Das Zentralschweizer Wirtschaftsforum der IHZ wird Ihnen präsentiert von KPMG Luzerner Kantonalbank Löwenfels Partner AG Hochschul Luzern Wirtschaft Guten Abend miteinander, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer speziellen Ausgabe vom Zentralschweizer Wirtschaftsforum. Herzlich willkommen in der neuen Normalität. Mein Name ist Sonja Hasler Ich freue mich sehr, dass ich euch moderatorisch begleiten darf durch das Forum und ich möchte alle sehr herzlich begrüssen, die hier live bei uns sind im Saal. Herzlich willkommen und ich möchte ganz besonders willkommen heissen unser Ehregast heute Abend, Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Schön, seid ihr da. Sie ist unser Ehre. Grüße Sie, Frau Keller-Sutter. Hallo. Und ich begrüsse auch die ganz herzlich, die uns jetzt irgendwo per Livestream zugeschaltet sind. Also ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich eingerichtet an den Bildschirmen. Irgendwo vielleicht schon beim Aperon, das fehlt uns noch ein bisschen, aber kommt dann auch. Ihr könnt einfach zuschauen, oder ihr könnt, was wir noch fast lieber haben, uns auch Fragen stellen, Meinungen weitergeben, oder auch einfach einen Gruß schicken. Und das könnt ihr machen per Mentimeter. Ihr seht es unten eingeblendet. menti.com, da hat es ein Code, der ist 13 32 57 2. menti.com, Code 13 32 57 2. Und dort könnt ihr euch Anliegen heute Abend platzieren. Es freut uns, wenn etwas reinkommt. Wir werden das eine oder andere sicher auch aufnehmen. So, und jetzt freue ich mich, dass ich die beiden Gastgeber von heute Abend begrüssen darf. Andreas Rauch, Präsident IHZ, und Adrian Derungs, Geschäftsführer der IHZ. Und mit einem rechten Applaus. Guten Abend miteinander. Hallo. Guten Abend. Adrian Derungs, ihr feiert die 10-Jährigen dieses Jahr. Und eigentlich wären wir jetzt ja auf dem wunderschönen Hausberg oben, auf dem Pilatus. Wie sehr mag es euch, dass wir jetzt halt nicht dort oben sind? Ja, das mag uns schon ein bisschen, als IHZ als Institution, es wäre das Jubiläum gewesen. Und ich bin gerade heute zu unserem Präsident, zum Andreas Rauch, gefahren mit dem Auto, morgen früh, und habe dann an den Berg hochgeschaut und gedacht, jetzt wäre ja noch schön Wetter, wenn es wenigstens wüsste Wetter gewesen wäre. Wir laufen ja immer auf den Berg hoch. Ja, die rennen ja, schon nicht einfach laufen. Nein, das stimmt. Also, die sieht man dann am Anfang rasch, und dann säkeln die eigentlich ab. Und wenn ich dann mich gesuche, sind die schon wieder getauscht, wieder angelegt und parat. Jetzt ist ja das, heute, eben, wir sind in einer besonderen Zeit, da braucht es besondere Formate, wir sind eben drinnen, dass es Leute im Saal hat, aber eben auch Leute am Livestream zu Hause. Was habt ihr für eine Erwartung an diese Geschichte? Ja, also ganz grundsätzlich war es so, dass man gesagt, wir können es zwar jetzt wirklich von Pilatus nicht machen, wir haben es lange probiert, und dann haben wir eben gesagt, wir wollen es wirklich, dass etwas stattfindet, dass wir etwas bieten können, den Mitgliedern, aber jetzt auch die Öffentlichkeit. haben auch, eben jetzt mit Radio Pilatus und TLA1, tolle Partner und auch wirklich tolle Sponsoren, Langjährige, die gesagt haben, da machen wir mit, das ist natürlich enorm wertvoll, und das schätzen wir sehr. Und die Erwartungen sind natürlich die, dass man ein Thema, das uns bewegt, es geht um Verantwortung, dass man das auch sachlich diskutiert, und man redet gerne über Verantwortung, und delegiert sie dann gerne, von den Bürger zu den Politiker, von den Politiker zu den Unternehmer, von den Unternehmern, von den Beratern, und niemand ist wirklich verantwortlich, und darum erhoffe ich mir eigentlich eine sachliche, spannende Diskussion. Ja, das hoffe ich auch. Und wir hoffen natürlich auch, dass irgendwie Tausende, wenn nicht Zehn, wenn nicht Hunderttausende Zentralschweizer irgendwie am Livestream, es dabei sein müssen, oder? Ja, das wäre natürlich ein Idealfall, aber wichtig ist, dass wir jetzt ausprobieren, und mit diesen Formaten, auch verspielen, was uns zur Verfügung steht, das ist sicher ein Effekt, den wir jetzt in der Corona-Zeit haben, und ausprobieren und schauen, was geht, und das ist das Ziel von heute. Andreas Ruch, Verantwortung, Adrian Derungs hat es gesagt, das ist ein wichtiges Thema, wieso denn das gerade dieses Jahr? Also ist das ein so ein bisschen ein versteckter Abstimmungskampf, der für den 29. November, was um Konzernverantwortung zum Beispiel geht? Nein, überhaupt nicht. Bei den Unternehmern ist die Verantwortung eigentlich in der DNA, 99% von den Unternehmern sind sehr verantwortungsvoll. Ich nehme uns als Beispiel, Metallbauunternehmer mit 60 Mitarbeitern, wir haben 12 Lehrlinge, das beweist ja eigentlich auch, man nimmt die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Wir haben zum Beispiel auch jetzt in dieser schwierigen Zeit, während der Corona, haben wir fast eine Million investiert in nachhaltige Gebäudesanierung, in Solarpanele auf dem Dach. Also investieren sogar in dieser Zeit, die ja nicht den Einfachen ist. Ja, und ich denke, wir sind ein kleines KMU, aber ein Beispiel, dass man eben die Verantwortung wahrnimmt, auch ohne, dass so ist diktiert wird, sondern das ist in unserer DNA und darum funktioniert eigentlich die KMU-Landschaft in der Zentralschweiz auch so gut. Die EU müssen ja Leute entlassen, wir müssen Kurzarbeit einführen, wie habt ihr sie in eurer Firma? Wir haben zum Glück einen sehr guten Lauf, also wir sind gut unterwegs, haben die Volllast und hoffen, es bleibt möglichst lange so. Ja, das hoffe ich auch für euch. Adrian, Sie sind mir nicht etwas wundern, wir haben jetzt so anderthalb Stunden vor uns, auf was freudereich besongerst? Ja, ich bin natürlich einerseits gespannt, was Bundesrätin wird zu sagen, zu diesem Thema. Und nach einem Panel, da schauen wir immer drauf, dass ein bisschen Pfeffer drin ist, also das soll ja auch spannend sein. Und da schaue ich natürlich auch Sie an, Sie müssen das natürlich entsprechend... Ich gebe immer Mühe. Ja, ich gebe immer Mühe. Nein, da bin ich gespannt drauf, auf Diskussionen, hoffen auch auf Input aus dem Publikum oder eben von zu Hause. Also da bin ich gespannt, was da so alles kommt. Also, ich danke fürs Erste. Wir sehen uns am Schluss noch einmal und wünsche jetzt mal eine spannende anderthalb Stunde. Danke vielmals. Danke. Vielen Dank. Toi, toi, ciao. Danke. Ja, Verantwortung ist unser Thema. Die beiden haben es gesagt, also die Schweiz ist ein Erfolgsmodell, ein Glücksfall, und sicher nicht zuletzt, weil alle Verantwortung wahrnehmen. Also Verantwortung, das ist bei uns so, für Sozialschwächere, für Minderheiten, für die Umwelt, für die nächsten Generationen und so weiter und so fort. Also wir haben das wahrscheinlich, er ruft tatsächlich irgendwo in der DNA. Und jetzt hat in dieser besungenen Zeit der Bundesrat neue Verantwortung übernommen. Zuerst mal für unsere Gesundheit, hat der Lockdown verordnet und dann auch Verantwortung eben für die Wirtschaft mit verschiedenen Stützungsprogrammen. Und da ist die Frage, wie sieht das nachher aus, also nach dieser Krise, wie geht es denn weiter mit dem Thema Verantwortung, wenn die Pandemie durch ist. Und da freue ich mich sehr, dass uns ein Mitglied von der Landesregierung ihre Gedanken weitergeht zum Thema Verantwortung, die Vorsteher vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement. Und ich glaube, wir begrüssen Sie, auch Sie mit einem rechten Zentralschweizer Applaus. Herzlich willkommen, Frau Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Bitte schön. Ja, guten Abend miteinander, Frau Ständerrätin, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf, in Ihrem Kreis. Natürlich eingeladen war ich auf den Pilatus, aber das kann man auch mal noch nachholen. oder Sie können auch gerne in die Ostschweiz kommen, auf den Sentis, da würde mich auch sehr freuen, dort ist es auch sehr schön. Aber ich habe ein bisschen Zentralschweizer- und Ostschweizerwochen, diese Wochen, also ich war am Montag am Egerisee, und habe es jetzt auf Luzern geschafft, immerhin, und werde es noch im Laufe der weiteren Wochen, das ist eher ein bisschen außergewöhnlich, dass man so aus Bern rauskommt, dann noch in die Ostschweiz arbeiten, in St. Galler, Rheintal und sogar noch in Thurgau. Jetzt aber zum ersten Mal heute Abend darf ich da unter Ihnen sein und darf, wie es auch könnte, auch zum Thema Verantwortung, vor allem auch im Zeichen jetzt von der ganzen Corona-Pandemie reden. Der Begriff Verantwortung hat ja in dieser ganzen Pandemiezeit sicherlich auch eine neue Bedeutung bekommen. Der Bundesrat hat auf dem Höhepunkt der Krise im Frühling so viel Verantwortung wie nie mehr selber im eigenen Wirkungskreis seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber auch der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land ist in der ausserordentlichen Lage sehr viel Verantwortung abgelangt worden. Eigenverantwortung, aber auch Verantwortung für Mitmenschen und auch Solidarität. Die Krise ist noch nicht ausgestanden, wenn Sie heute wieder vielleicht mitbekommen, was der Bundesrat entschieden hat. Wir stehen immer noch im Bann dieser Krise und von vielen Corona-Geschäften, die wir behandeln. Und wir sind uns der anhaltenden Verantwortung bewusst, die wir für Gesellschaft und Wirtschaft tragen. Was bedeutet Verantwortung in so einer ausserordentlichen Situation? In der aktuellen Phase der Covid-19-Pandemie hat der Bundesrat innerhalb kürzester Zeit Verantwortung für das Land übernehmen für Gesundheit, für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger aber auch für die Wirtschaft. Es ist angedänt worden, am 16. März hat die Bundesrat die ausserordentliche Lage erklärt. Ich kann mich erinnern, Blickschlagzeile Notstand. Also das geht einem schon unter die Haut. Gerade auch als liberaler Mensch bin ich überzeugt, dass es gerade in einer Krise auch einen starken Staat braucht, ein Staat, der funktioniert, ein Staat mit starken Institutionen. Und die Krisezeiten muss eine Regierung schnell Führung übernehmen, Scepter übernehmen. Krise sind darum auch Zeit der Exekutive. Ich sage das als überzeugte Federalistin, ehemalige Regierungsrätin, aber auch als ehemalige Ständeratspräsidentin mit allem Respekt für das Parlament, für Kantone, für die verschiedenen Institutionen auf allen Stufen unserer Gemeinwesen. Und ich bin froh, dass heute auch das Parlament wieder am Zug ist. Und auch die Kantone haben ihre Kompetenz und ihre Verantwortung wieder bekommen. Die Räder kontrollieren und hinterfragen die Entscheide vom Bundesrat, überführen das Notrecht ins ordentliche Recht, das ist jetzt gerade im Gang in der kommenden Herbstsession. Aber jedem seine Verantwortung zu seiner Zeit. Im Frühling hatte der Bundesrat eine doppelte Verantwortung. Gesundheit von den Menschen zu schützen und gleichzeitig das wirtschaftliche Überleben der Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen sowie generell den volkswirtschaftlichen Schaden möglichst gering zu halten. Die Ziele stehen in einem gewissen Konflikt, aber man muss sie auch nicht gegeneinander ausspielen. Sie müssen ineinander greifen und es bringt nichts, wenn man nur das eine gewichtet und das andere vergisst. Der Bundesrat hat in der kürzester Zeit Hilfe im Umfang von Dutzenden Milliarden Franken gesprochen. Ich erinnere an, dass mehr als ein Drittel der Beschäftigten, also 1,9 Millionen Personen, sich im Mai für Kurzarbeitsentschädigung vorangemeldet. Das hat Gott sei Dank nicht für alle in Anspruch genommen werden, aber die Voranmeldung war möglich. Es wurden Covid-19 Kredite für die Unternehmungen und Erwerbsersatz für Selbstständige. Die Sofortmassnahmen, die zum Teil bis heute antauern, verhindern den Absturz der Wirtschaft verhindert. Die neuesten Wirtschaftszahlen deuten auch darauf hin, dass der Konsum in der Schweiz recht robust ist und sich die Schweizer Wirtschaft trotz starkem Einbruch besser halten tut als die Wirtschaft in unseren umliegenden Staaten. Die Soforthilfe des Bundesrats war so erfolgreich, dass immer neue Forderungen dazukommen sind und bis heute dazukommen. Der Bundesrat soll den Mietern helfen, den Kulturschaffenden, den indirekt betroffenen Selbstständigen, den Sportverbänden, den Reisebüros, dem öffentlichen Verkehr, dem Tourismus, den Start-up Firmen, der Luftfahrt, der Seescheifffahrt, der zoologischen Gärten, den Tierparks und so weiter und so fort. Ich frage mich oft, bevor ich in die Bundesrat Zeit gehe und mir Corona berate, wie schaffen wir den Ausstieg wieder aus dieser Krise? Wie schaffen wir es, dass wir berechtigte Härten abfedern, ohne uns aber zu verzetteln, ohne die Verschuldung verantwortungslos anwachsen zu lassen? Der Allbundesrat Kaspar Filiger, den ich in diesem Kreis nicht näher vorstellen muss, hat unlängst ein Buch geschrieben, Stresstest für die Demokratie, Wege und Irrwege aus der Corona-Krise und er hat es auf den Punkt gebracht, ich möchte ihn gerne zitieren, Nun plötzlich aber regnet ist fast grenzenlos Manna vom Himmel. Niemand hat mehr den genauen Überblick, wie viele Milliarden schon verteilt sind, wo normalerweise um jeden Rappen gefeilscht wird, suchen plötzlich alle nach Betroffenen, die mit dem Manna auch noch beglückt werden könnten oder werden möchten, ganz nach dem Motto, wer hat noch nicht, wer will nochmal. Zitat Ende. Die milliardenschweren Hilfspakete zur Bekämpfung vom Virus beziehungsweise von seinen Folgen haben fast zwei Jahrzehnte haushälterisches Verhalten mit der Schuldenbremse in Luft aufgelöst. In ein paar wenigen Wochen ist das passiert. 2003 waren die Schulden des Bundes bei 140 Milliarden Franken. 2019 waren es noch 97 Milliarden also fast 30 Milliarden weniger und 2020 wir wissen es noch nicht genau nach einer Schätzung des Eidgenössischen Finanzdepartements wären wir wahrscheinlich gut 20 Milliarden Franken ausgegeben zu haben. Das heisst, wir sind wieder dort, wo wir 2003 angefangen haben. Eine ganze Generation wird die finanziellen Folgen von Corona gespüren und es ist entscheidend, dass wir wieder auf den ordnungs- und finanzpolitischen Pfad der Tugend zurück können, den nächsten Generationen zu lieb, aber auch als Vorsorge für nächste Krisen. Ich habe es erwähnt, auch den Bürgerinnen und Bürgern dieses Land hat die Krise viel abverlangt, gesundheitlich, sozial, wirtschaftlich, aber auch viel Eigenverantwortung und Selbstdisziplin. Unsere persönliche Freiheiten, Versammlungsfreiheit, Wirtschafts- oder auch Reisefreiheit sind zum Schutz von Corona stark eingeschränkt worden, zum Teil sehr stark. Ich denke zum Beispiel an Grenzräume am Bodensee in meiner Heimat oder in der Romandie, Grenzräume, die nach dem Zweiten Weltkrieg zu Lebensräumen, Wirtschaftsräumen, kulturellen Räumen zusammengewachsen sind. Und wir waren auch konfrontiert mit Mahnungen und Geboten. Man soll zu Hause bleiben, Abstand halten, älteren Menschen und Kranken nicht zu nachkommen, zu Hause arbeiten, Kinder bei Luhnen halten, wenn man ihnen nebenbei auch noch den Schulstoff zu Hause vermitteln sollte. Und glauben Sie mir, es hat auch uns im Bundesrat keine Freude bereitet. Der Bundesrat hat auch nicht im Machtrausch gehandelt, wie es dargestellt worden ist, sondern aus Pflichtbewusst zu sein. Aber der Lockdown war auch eine Prüfung in Eigenverantwortung, in Selbstdisziplin und auch in Solidarität. Vor allem am Anfang des Lockdowns war die Solidarität innerhalb der Bevölkerung gross. Junge Leute haben für Ältere eingekauft im Quartier, Familien haben sich organisiert untereinander für Kinderbetreuung. Es war die Stunde der Eigeninitiative, der Gemeinsinn, der Selbsthilfe. Es war die Stunde der Bescheidenheit. Spitäler sind vorsorglich für die Schwerkranken geklärt worden, Arztpraxen sind aus Rücksicht geschlossen geblieben. Gegen Ende des Lockdowns wurden viele ungeduldig geblieben. Einige gingen Warnungen müssen weiterhin aufpassen und in Selbstdisziplin üben und Verantwortung tragen. Aber ich kann den Reaktionen insgesamt etwas Positives abgewinnen. Letztlich hat sich gezeigt, wie viel Bürgerinnen und Bürger in diesem Land an der Freiheit liegt, dass sie sich eingesetzt und kämpft haben. Es war aber auch Zeit von Egoisten und Hedonisten. Trotz Warnung haben einige ausgelassen gefeiert, als ob es diese Krise nie gegeben und als ob das Virus nichts anhaben. Das Verhalten dieser Bürger ist menschlich. Aber in Zeiten Corona ist es auch gefährlich, manchmal verantwortungslos. Und wir wissen auch, dass das letztlich nur eine Minderheit ist. Es sind immer die gleichen Minderheiten, auch in anderen Zusammenhängen, die sich auch ohne Corona nicht an die Spielregeln halten. Die Corona-Krise hat aber deutlich gemacht, wie wichtig in Ausnahmeziten neben einer klaren Führung auch glaubwürdige Vorbilder sind und eine gewisse Bescheidenheit. In der Schweiz spricht man ja, oder fast niemand, von Eliten, weil es bei uns oben und unten nicht gibt. Wir sind wirklich eine Eidgenossenschaft. Es reden wenige darüber, wo eigentlich das Volk und die sogenannten Eliten gegeneinander ausspielen. Vielleicht war es ein Zufall, dass Länder von Autokraten und Populisten geführt sind, eher schlechter durch die Krise gekommen sind, als Demokratien. Ich will hier kein Beispiel nennen, Sie haben selber eine gute Fantasie und können sich vorstellen, wer gemeint ist. Der Bundesrat hat aber, ich bin überzeugt, einen guten Mittelweg gefunden. Klar, wir haben sicher Fehler gemacht. Wer führt und entscheidet, macht immer Fehler. Wir haben aber auch unsere Diskussionen sorgfältig abgewogen, zum Teil auch gerungen, wie man es machen will. Und für mich war immer wichtig, trotz Einschränkungen müssen Bürgerinnen und Bürger immer einen Rest Eigenverantwortung und Selbstbestimmung behalten. Sonst machen die Leute irgendwann nicht mehr mit. In der Schweiz gab es auch zu keiner Zeit eine komplette Ausgangssperre, wie das in Italien oder Spanien war. Der Bundesrat hat bewusst darauf verzichtet, denn wer nichts mehr zu entscheiden hat, kann auch keine Verantwortung mehr tragen. Das ist auch in anderen Bereichen so. Selbst an Ostern, als die Corona-Krise auf ihrem Höhepunkt war, gab es keine Reiseverbot wie in anderen Ländern. Man hätte ins Dessin reisen dürfen. Die Turmer Polizisten haben den Deutsch-Schweizer Russ-Di-Ko-Besitzer rechtzeitig noch ins Gewissen geredet, doch bitte nicht ins Dessin zu fahren, ohne Androhung von Busse und Zwang und fast alle haben sich daran gehalten. Zur gleichen Zeit wurden in Spanien oder Frankreich Leute gebüßt worden, nur weil sie kurz in den Wald gegangen sind oder weil sie nach dem Einkaufen Kassenzettel vorweisen konnten. Welche Lehren zeichen wir gemeinsam, ich als Bundesrätin, ich als Bürgerin aus dieser Corona-Krise? Was heisst die Verantwortung in Zukunft, wenn die Pandemie mal ausgestanden ist? Denn schon heute stellt sich auch die Frage, welcher Weg will die Schweiz nach der Krise gehen? Wollen wir den bequemen Weg gehen? Oder wollen wir den beschwerlichen Weg gehen? Wie es Kaspar Villiger in seinem Buch formuliert. Er beschreibt den bequemen Weg wie folgt. Auf einem vermeintlich bequemen Weg stellt Veiterschen Staat mit der Vorschriften und Umverteilungspeitsche sowie dem Subventionszuckerbrot unter Nutzung des Füllhorns der Nationalbank die weitgehend schmerzlose Erfüllung eines Anspruchs auf Glück und Wohlstand in Aussicht. Zitat Ende. Es bleibt also der beschwerliche Weg. Man kann auch sagen der verantwortungsvolle Weg. Gerne möchte ich Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, in vier Punkten kurz skizzieren, wie dieser Weg der Verantwortung nach der Krise aussehen kann. Erstens einmal finanzielle Verantwortung. Die Schweiz muss eher früher als später wieder zur Schuldenbremse zurückkehren. Forderungen aus dem Parlament, die Corona-bedingt aufweichen, stehen im Raum. Zweitens Generationenverantwortung. Die Schweiz steht auch im Ausgang der Corona-Krise im Vergleich zu anderen Staaten immer noch gut da. Unsere Institutionen haben in der Krise gut funktioniert. Wir müssen aber bescheiden bleiben und weiterhin unsere Aufgaben machen oder erst recht. Die Reform der Altersvorsorge, die erste Säule, die zweite Säule, muss jetzt drast behandelt werden. Das sind wir der künftigen und auch der heutigen Generation schuldig. Die Krise und damit verbundenen Kosten für die Sozialwerke haben den Reformdruck noch erhöht. Dann drittens Verantwortung gegenüber unserem Standort und unserem Werkplatz. Das bedeutet nach Corona zweierlei auf der einen Seite sollten wir als exportorientierte Nation den diskriminierungsfreien Zugang zu unserem wichtigsten Markt, dem EU-Binnenmarkt jetzt sicher nicht aufs Spiel setzen. Darum setzen sich Bundesrat und Parlament für ein Nehen zur Begrenzungsinitiative. Ein Jahr würde in Krise unnötig verlängern wie die Rechtsunsicherheit für unseren Standort und unsere Betriebe. Auf der anderen Seite sollten wir unsere noch immer guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erhalten. Wir sollten sie nicht verschlechteren. Genau da täten die Volksinitiative für verantwortungsvolle Unternehmen zum Schutz von Mensch und Umwelt, die auch noch diskutiert wird. Wir stimmen über das ab im November. Die sogenannte Konzernverantwortungsinitiative ist ein Beispiel von falsch verstandener Verantwortung. Warum? Bei einem Jahr müssten künftig Schweizer Unternehmen nicht mehr nur für ihr eigenes Fehlverhalten gerade stehen, sondern auch für das Fehlverhalten von rechtlich eigenständigen Töchtern und Zulieferern im In- und Ausland. Das geht Zuit und wenn Sie der NZZ am Sonntag den Beitrag gelesen haben von der politischen Philosophin Katja Centinetta, dann hat sie treffend Folgendes gefragt und festgehalten, kann ein Unternehmen für eine Handlung verantwortlich gemacht werden, deren Urheber es nicht ist und kann es alle Einzelheiten nachweisen, wenn es nicht alle Umstände kennt? Die Antwort ist Nein. Bei der Annahme dieser Initiative mit dieser neuen Haftungsnorm wird die Schweiz international einen einzigartigen Präzedenzfall schaffen. Darum setzen sich Bundesrat und Parlament für den indirekten Gegenvorschlag des Parlaments ein. Der Gegenvorschlag sieht neue Transparenzpflichten für Kinderarbeit und Konfliktmineralien vor. Er sieht auch weitgehende Sorgfaltsprüfungspflichten vor. Er sieht, er ist nicht zahnlos, er sieht bei Verletzungen von Berichterstattungspflichten Bussen bis 100'000 Franken vor. An diesem Punkt kann man noch mal etwas aufführen, weil das Beispiel dieser Unternehmensverantwortungsinitiative ist nur ein Beispiel, aber es ist ein Beispiel, das auch zeigt, wie sehr man heute versucht, moralische Vorstellungen über verschiedene Gesetzgebungen festzusetzen und denen Nachachtung zu verschaffen. Sicher moralisch gute Ziele, die man versucht, in verschiedenen Bereichen, Zivilrecht, Strafrecht, Aktienrecht, die auch immer zu verankern. Das bringt mich zum letzten Punkt, viertens, nämlich geteilte Verantwortung zwischen Staat und Bevölkerung. Die Corona-Krise hat das fragile Gleichgewicht zwischen Staat und Gesellschaft gestört, ich habe es eingangs erwähnt. Der Staat hatte zeitweise Vollmachten wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Das war nötig, es war richtig, es war wichtig, aber jetzt ist es an der Zeit, dass sich der Staat wieder zurücknimmt. Das heisst auch, wenn es für den Bundesrat manchmal unangenehm ist, Zivilgesellschaft und zu dieser zähle ich natürlich auch Sie, Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft, müssen jetzt ihre Verantwortung wahrnehmen. Und Sie sollen den Bundesrat und das Parlament auch kritisieren und hinterfragen, weil es ist das Ringen um Lösungen und konstruktive Auseinandersetzungen, die unser Land letztlich weiterbringen. Für diese Kontrolle haben wir Volksrecht, wir haben Verbände, wir haben Organisationen, wir haben aber auch die Medien und all das zusammen macht eine lebendige Gesellschaft aus. Nach Zeiten der Selbstdisziplin und der Selbstbeschränkung sind wir alle jetzt als Citoyens oder Citoyenne, also selbstverantwortliche Bürgerinnen und Bürger noch mehr gefragt, sich für unser Gemeinwesen einzusetzen. Denn nur so kann unsere Schweizer Demokratie funktionieren, wenn sich Staat und Bevölkerung die Verantwortung für unser Land teilen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr weiter dabei und bleiben hoffentlich noch dabei. Ich möchte mit Ihrer persönlichen Anfrage anfangen. Frau Bundesrätin, wir sind ja alle in dieser Covid-19-Zeit vom Beruf her betroffen, auch dir, wir sind ja persönlich betroffen, in den Familien hat man plötzlich gemerkt, auch da Risiko-Leute. Wie seid ihr mit all diesen Geschichten persönlich umgegangen? Ja, es ist, ich sage jetzt beruflich, vom Teil der Arbeit im Bundesrat sehr eine intensive Zeit gewesen. Ich habe manchmal wirklich jedes Zeitgefühl verloren. Ich habe nicht mehr gewusst, was für ein Datum ist. Ich habe nur noch in Öffnungs- oder Lockerungs- Schritte gedacht. Oder einfach wie Bundesratsgeschäfte angedenkt waren. Es ist persönlich, privat ist es nicht gerade interessant, Phase von meinem Leben. Als ich 1982 in London war, war es ein Glätter. Aber es war meist eingeschränkt. Ich habe auch meine Familie, meinen Mann und den Bruder und den Schwiegervater gesehen. Die, die ich unmittelbar beim Lockdown sah, haben wir gefunden, wir machen keine riesen Komödie, man sieht sich weiter. Aber meine Brüder, Familie, Freunde, hat man nicht mehr gesehen. Am Anfang war das vielleicht noch erholsam. Aber mit der Zeit ist es ziemlich langweilig. Weil man keinen Austausch mehr hatte. Und er hat vor allem gearbeitet. geschaffen, aber ganz anders. Dauernd telefoniert. Und ja, und einfach es ist so, manchmal ist mir das vorgekommen, wie in einem Traum, ich wohne ja in Bern in der Altstadt, wenn ich am Morgen aufgestanden und dann bin ich raus und habe ich gedacht, ja, wieso ist das alles so tot? Und einfach wochenlang an denselchen Schaufenster vorbei, hat sich nichts geändert. Ich habe kurz vor dem Lockdown ein paar rote Schuhe gekauft in einem Schuhgeschäft, in der Nähe, wo ich wohne, habe ich immer gesagt, das sind meine Krisenschuhe, weil die sind nachher wirklich bis über die Zeit aus immer rausgestellt geblieben und es hat sich einfach nichts geändert und es war so wie eine Geisteratmosphäre. Gott sei Dank, man hat auch ein bisschen Geistergefühl, wenn man die Maske sieht, aber Gott sei Dank ist die Zeit vorbei. Wenn ihr mir erlaubt, würde ich ein paar Fragen nehmen, die Sie, die Enti, was würden Sie heute anders entscheiden in Bezug auf die Covid-Krise? Ja, es ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh, um das zu sagen. Ich glaube, wir sind ja immer noch ein bisschen drin. Wir sind auch dran, jetzt im Bundesrat, verschiedene Bereiche zu evaluieren, gründlich anzuschauen. Es hat einfach Sachen gegeben, die man gerne gemacht hat oder nicht. Ich meine, den Lockdown, ich kann mich erinnern, was mir so bewusst war, als wir an die Pressekonferenz waren, Teilmobilmachung der Armee, ausordentliche Lage, Grenzschliessung. Also, ich muss sagen, ich hatte wirklich Hühnerhut. und da ist mir wirklich nahegegangen, weil ich habe niemanden gedacht, ja, für das bin ich nicht Bundesrätin geworden. Ich bin Bundesrätin geworden, um die Freiheit zu schützen. Und nicht fürs Land zuzutunen, die Grenzen zu schliessen. Und nicht alles zuzumachen. Und darum ist vielleicht noch ein bisschen früh, es gibt sicher Sachen, wo man dann im Nachhinein sagt, das hätte man früher noch später noch Das war immer ein Riesenthema, die Maske-Geschichte. Das heißt, man hat gesagt, es nützt nichts, jetzt will man, dass alle Leute anlegen. Da gibt es schon eine gewisse Differenz, oder? Ja, da gibt es schon eine Differenz, aber es ist heute noch ein Umstritt. Es gibt heute noch Experten, die sagen, es nützt nichts, und andere sagen, es ist besser als nichts. Es ist mehr symbolisch, es zeigt, es ist noch nicht vorbei. Das sind eher Fragen, ich will nicht gerade esoterisch, aber es ist nicht wissenschaftlich, so voll von dir. Ich nehme gerne noch eine Frage auf, hat diese Krise nicht gerade die Grenzen des Föderalismus gezeigt? Die Kantone zeigen ja nicht gerade eine Solidarität miteinander. Ja, gute ehemalige Regierungsrätin darf man da fast nicht fragen. Man merkt natürlich, unser System ist, ich finde, unser System sehr gut. Es ist auch viel bürgernäher, wenn man in den Gemeinden teilhaben, an den Entscheid, in den Kantonen. haben sehr viel Kompetenzen. Das führt auch dazu, dass man weniger Fehler macht, weil man Sachen ausprobieren kann. Aber ich habe es vorher gesagt, in einer Krise, oder da hat sich schon klar gezeigt, braucht es einfach eine zentrale Führung. Die Diskussion mit dem Parlament, der sagt, sie möchten gerne mehr partizipieren, da muss ich einfach sagen, wir haben einmal um 10 Uhr Papier bekommen und bis morgen um 7.30 Uhr in Mitberichtsverfahren. Jetzt kann man schon noch eine parlamentarische Kommission aufbieten. Aber man muss einfach die Kompetenzen in einer Krise akzeptieren, wie es ist. Die Kantone haben jetzt Zeit gebraucht, bis sie koordinieren können. Aber immerhin führt sie auch dazu, dass man Lösungen hat, die lokal vielleicht besser akzeptiert werden. In der Ostschweiz haben gesagt, wir wollen keine Masken, das ist bei uns nicht nötig. In der Chemnisch ist es so, in der Zürich ist es auch so. Das ist jetzt nicht so ein Problem. Ich nehme gerne noch eine Frage. Jemand schreibt übrigens das, was ein bisschen angetönt hat, Eigenverantwortung, Vollkaskommentalität. Was der Stellenwert ist, das hat er in eurer Rede schon gesagt. Was braucht es, dass die Schweiz so aus der Krise hervorgeht, dass sie stärker, stabiler und nachhaltiger wird als zuvor? Ja, man muss sicher die Lehren ziehen aus dieser Zeit, aus dieser Krise und jetzt keine Fehler machen. Ich glaube, das wird auch eine grosse Herausforderung für das Parlament in den nächsten Wochen, weil das Parlament natürlich auch mit verschiedenen Forderungen aus verschiedenen Branchen, aus verschiedenen Bereichen konfrontiert ist. Aber die Schulden, die wir jetzt anhäufen, die müssen wir morgen abbauen. Wir müssen schauen, dass wir die finanzpolitisch stabile Situation behalten können. Dass wir wirtschaftspolitisch nicht Fehler machen, die Kassaden töten. Es ist Begrenzungsinitiative jetzt, es ist Konzernverantwortungsinitiative, es gibt noch andere Themen, die da sind. Oder dass wir eigentlich im Gegenteil uns überlegen, wo haben wir einen eigenen Handlungsspielraum. Das macht der Bundesrat übrigens jetzt und wird bis Ende Jahr sich überlegen, wo kann man den Standort noch stärken, um eben aus dieser Krise herauszukommen und auch am Schluss mit Vorteilen dastehen und nicht mit Hypotheken, die wir uns jetzt anschnallen. Ich habe noch eine letzte Frage, die überleitet zum Panel, das wir werden haben. Wie beurteilt die Bundesrätin die Ausgangslage zur Konzernverantwortungsinitiative? Haben die Gegner eine Chance gegen Bilder von Kinderarbeit? Ja, das ist eine gute Frage, weil es ist in der Tat so, dass es sehr ein emotionales Thema ist und dass es auch rechtlich sehr anspruchsvoll ist. Wir werden es dann wahrscheinlich hören. Aber letztlich wird es auch darum die Frage kommen, runtergebrochen, vereinfacht, weil wir den Schweizer Unternehmungen eine einzigartige Lösung auflegen, die andere Unternehmungen in anderen Ländern nicht haben. Oder wollen wir Lösungen, zu denen wir stehen? Wir wollen auch, der Bundesrat will, das Parlament will Umweltrechte, Menschenrechte schützen, aber das gleich machen, wie das andere auch machen. Also, dass wir sagen, wir selbstverständlich erwarten von der Wirtschaft, dass sie auch nach dem Prinzip vom ehrbaren Kaufmann sauber geschäftet, Gesetze einhalten, aber muss man über das ausgehen, was die Konkurrenz eben nicht machen muss und unsere Unternehmen benachteiligen. Da denke ich, auf diese Basis muss man diese Debatte selbstverständlich auch stellen. Und man muss sich vielleicht auch ein bisschen verabschieden davon, dass die Schweiz allein alle Missstände besitigen kann. Oder auch Unternehmungen haben das als Aufgabe, Missstände in anderen Ländern zu besitigen. Gut, der Boden ist jetzt gelade für die Diskussion, die gerade anschließt. Ich danke euch sehr herzlich für eure Rede und auch für die Zeit, die ihr genommen habt, für die Fragen. Ich wünsche alles Gute und vor allem gute Gesundheit. Danke vielmals, Frau Bundeslätin. Danke schön. Ja, dann wollen wir doch debattieren, wie weit die Verantwortung gehen soll von Unternehmen im Land, wie viel ist denn auch zu viel. Wir machen das anhand der Konzernverantwortungsinitiative. Auch über einen Gegenvorschlag vom Parlament werden wir reden. Beides kommt am 29. November zur Abstimmung. Und wir sind weiterhin gespannt auf eure Fragen und Kommentare. schon viele reinkommen. menti.com geht 13 32 57 2. Dort könnt ihr alles platzieren, nein, nicht alles, fast alles, was ihr wollt. Und das darf ich für unser Panel eine hochkarätige, runde, hochkarätige Gäste begrüssen. Monika Rühl, Monika Roth, Dietrich Bestalozzi und Karl Hofstetter. Bitte schön, meine Damen und Herren. mit einem grossen Applaus. Ihr werdet hier, Frau Rühl, Herr Hofstetter, Frau Roth und Herr Bestalozzi. Guten Abend miteinander. Guten Abend. Hallo, ich stelle euch kurz vor, ich starte bei euch, Frau Rühl, ihr habt Romanistik studiert, seid Diplomatin geworden, habt hohe Ämter beim EDA, beim SECO, beim Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung und seit 2014 Vorsitzende der Geschäftsleitung der Economy Suisse und legen ein zu dieser Konzernverantwortungsinitiative. Monika Roth, Juristin, Strafrichterin bis 31. August, also bis vorgestern, seid ihr Professorin an der Hochschule Luzern, seid eine der bekanntesten Compliance-Spezialistinnen und Co-Präsidentin des Initiativ-Komitee von der KVI und naturgemäss legen ihr ein Ja ein am 29. November. An eurer Seite Dietrich Pestalozzi, auch er sagt Ja, er ist der ehemalige Verwaltungsratspräsident von der Pestalozzi AG, Unternehmen für Stahltechnik und Haustechnik mit Sitz in Dietlicken, ein Familienunternehmen. Dietiken. Dietiken. Nicht Dietlicken, Dietiken. Genau. Euch gibt es seit 257 Jahren, habe ich gesehen, und er hat 340 Mitarbeitende. Und last but not least, Karl Hofstetter, Jurist, mit Frau Roth, 25 Jahre, Chefjurist vom Schindler-Konzern, jetzt Titularprofessor für Privat- und Wirtschaftsrechte an der Uni Zürich, und ihr seid ehemalige Präsidenten des Verband der Grosskonzerne Swiss Holdings. Und auch ihr sagt Nein zu dieser Initiative. Gehen wir gerade in Medias Res, wir haben es vorhin gerade angesprochen, wenn Konzerne im Ausland Flüsse verschmutzen und auf Kinderarbeit setzen, ist es dann nicht selbstverständlich und logisch, Frau Rühl, dass sie für das geratenstehen müssen. Also wer kann dagegen sein? Ja, das bringt mich gerade zum Thema Verantwortung. Und wir sind gegen die Initiativen, aber wir sind dafür, dass Schweizer Unternehmungen Verantwortung tragen. Der Präsident der IHZ hat es gesagt, das gehört zu der DNA der Schweizer Unternehmungen. Die Schweizer Unternehmungen engagieren sich auch für Bevölkerung, Gesellschaft und Schweizer Unternehmungen halten geltendes Recht ein, sowohl auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene. Wenn doch alles gut ist, wieso seid ihr dagegen? Der Weg, den die Initiative aufzeigt, ist der falsche. Wir sagen Nein, weil wir dagegen sind, dass Schweizer Unternehmungen als weltweit einziges Land müssen Unternehmungen haften ohne Verschulden als weltweit einziges Land, wie die Bundesrätin das gesagt hat. Wir wollen nicht, dass die Schweiz zum Weltpolizist wird, wo Vorfälle im Ausland nach Schweizer Recht vor Schweizer Gericht gefällt werden. Wir wollen nicht, dass die Schweizer Unternehmungen ... Ausgleich Ich hätte noch zwei, drei andere erwähnt. Die könnt ihr gerne noch bringen. Aber was ich aufgenommen habe, als Frau Rühl sagt, es ist der falsche Weg. Man könne nicht Weltpolizisten spielen, man könne nicht etwas Einmaliges machen, was sonst niemand machen muss. Frau Roth, es ist der falsche Weg. Ich habe schon gehört, es ist zu extrem und es ist zu schädlich für das Land. Menschenrecht ist ein weltweit anerkannte Standard. Dass Schweizer Unternehmen, auch wenn sie im Ausland tätig sind, Menschenrecht die gleiche Beachtung schenken, wie sie sie auch bei uns beanspruchen, das erscheint mir etwas Selbstverständliches. Was man eigentlich will mit dieser Initiative, ist, rechtlich verbindlich diese Verantwortung fixieren. Und wenn man jetzt sagt, die Schweiz drängt in eine neue Form von Kolonialismus eigentlich dem Ausland Regeln auf, so ist das völlig verfehlt. Was ich glaube, ist, die Schweiz kann ein Beispiel sein, aber sie ist ja gar nicht allein. Wir haben – ich muss Frau Bundesrätin widersprechen – wir stehen nicht alleine. Wir haben in vielen ausländischen Staaten, auch in der EU Bestrebungen ähnliche Wege aufzuzeigen. Und selbst die Länder, die das, was der Gegenvorschlag in der Abstimmung postuliert, die die Berichterstattung haben, sagen, ich nenne Norwegen, Dänemark, sagen, der hat sich überhaupt nichts bewegt, das hält nicht. Ich nehme das gerne noch mal auf zu euch. Frau Roth sagt, Menschenrechte machen eben nicht an der Grenze Halt. Darum müssen wir auch international Ruhe schauen. Das bestätigt auch niemand. Ich habe vorhin gesagt, Schweizer Unternehmungen halten sich an internationals Recht, sie halten sich auch an nationals Recht. Was stört, ist, dass Schweizer Unternehmungen vor Schweizer Gericht eingeklagt werden, nach Schweizer Recht, Fehl passieren. Das ist einfach einzigartig und total widersprüchlich. Herr Peschalozzi, ihr seid Unternehmer. Viele Unternehmer im Land sagen Nein zu dieser Initiative. Genau aus den Gründen, die Frau Rühl angesprochen hat. Wieso sagen ihr Ja? Es gibt auch ein paar, die Ja sagen. Es geht einfach nicht, dass Schweizer Konzern wie Lafasch-Holzim oder Grenco oder so für Schäden, die ihre eigenen, kontrollierten Tochtergesellschaften im Ausland produzieren, nicht gerad stehen. Und so kann Skandalmeldungen wie vergiftete Flüsse, verschmutzte Luft, kranke Menschen, Bauernfamilien, die vertrieben werden, das brauche ich einfach nicht. Und ich meine, das schadet auch dem Ruf der Schweiz als Konzernstandort. Und auch wie ich als Familienunternehmer bin interessiert an dem Ruf und sicher viele von den Zuschauern genauso. Und ich will mich einfach nicht schammen. Herr Hofstett, Herr Bestalozzi sagt, ist es nicht logisch, dass Schweizer Konzerne für das, was sie im Ausland, die Sünde, Tochtergesellschaften gerade stehen? Ich überrasche Sie jetzt überraschen. Ich sage Ihnen, ich bin für Konzernverantwort. Ich bin auch für eine neue Gesetzgebung in der Schweiz in Form von Gegenvorschlag. Wir reden viel zu wenig von dem Gegenvorschlag. Zum Glück hat Frau Bundesrätin heute Abend erwähnt, der Gegenvorschlag, der vom Parlament verabschiedet wurde, wird bei weitem unterschätzt, der wird totgeschwiegen. Wir sollten eigentlich viel weniger von dieser Konzernverantwortungsinitiative reden und eigentlich nur noch vom Gegenvorschlag. Das ist hervorragend. Das geht auch weiter als die umliegenden Länder, zum Beispiel weiter als französische Recht, weil er Sorgfaltspflichten vorgesehen, zum Beispiel für Kinderarbeit, Sorgfaltspflichten auch für Rohstofffirmen, darüber hinaus noch die Berichterstattungspflichten und zwar in Bereichen, in denen die Konzernverantwortungsinitiative nicht einmal anspricht, zum Beispiel Arbeitnehmerbelang, soziale Bilang ganz generell, nicht nur Menschenrecht und Umweltschutz. Dieser Gegenvorschlag ist ein hervorragendes Gesetzesprodukt. Wir sollten in dieser ganzen Debatte eigentlich nur noch vom Gegenvorschlag Dieser etabliert die Verantwortung der Unternehmen auch rechtlich im Ausland, wo wir genau wollen. Er ist vernünftig, er hat die Übertreibungen der Konzernverantwortungsinitiative abgeschnitten. Reden wir vom Gegenvorschlag. Das ist eine gute Frage, Herr Hofstädt. Wieso seid ihr nicht eingestiegen, Herr Pestalozzi, oder Frau Roth, auf den Gegenvorschlag? Sie hat nicht gesagt, das ist eigentlich ein guter Kompromiss. Der Gegenvorschlag beinhaltet die Haftung nicht. Und zwar es ist aus meiner Sicht unternehmerfreundliche Haftungsmöglichkeit, zivile, zivilrechtliche Haftung, wo der Geschädigte eigentlich die Hauptsache beweisen muss. Der Gegenvorschlag kommt mir vor, wie ein Velo nur mit einem Rad. Das bringt nicht viel. Und man hat schon gesehen, die Sie haben übersennt, Zweiter Rat, die Haftung gibt es. Von dem wird eben auch nie gesprochen. Die Kinderarbeit mit den Sorgfaltspflichten, die Rohstofffirmen mit ihren Sorgfaltspflichten, wenn die Sorgfaltspflichten nicht eingehalten werden, dann könnten die Unternehmen auch in der Schweiz eingeklagt werden. Das wird völlig missachtet. Das sage ich Ihnen als Titularprofessor für Wirtschaftsrechte. Ein Gegenvorschlag beinhaltet Haftung, auch wenn er nicht davon redet, weil er Sorgfaltspflichten beinhaltet. Und mit diesen Sorgfaltspflichten können Sie die Unternehmen, sogar die Konzernmutter haftbar machen. In den heiklen Bereichen Kinderarbeit und Diamantenhandel ist die Sorgfaltspflicht drin. Und in diesem Sinne die Haftung vor. Darum müssten wir nur noch vom Gegenvorschlag reden. Ja, Herr Hofsteth, das haben Sie ja schon in der NCZ gut Haftungspflicht. Und wenn Sie gegen diese verstossen, haben Sie, ich hoffe, Sie nehmen mir die Äusserung nicht übel, die lächerliche Bussenregelung bis zu 100'000 Franken. Das wird dem Stimmvolk verkauft, indem man sagt, ja, ausländische Staaten haben das auch. Ich nehme jetzt das Beispiel Holland. Das wird ja in der Debatte ausgeführt worden. Das sei es als leuchtende Beispiel. Da muss ich sagen, es sind Strafen bei einer unkorrekten Berichterstattung bis zu 10% vom Umsatz vom Konzern. Da sind wir bei den Kartellbussen. Mindest die Summe rund 1 Million Euro. Da reden wir von ganz anderen sanktionierten Verstösse. Ich möchte das schnell mit Herrn Hofstetter herlegen. Die sagen 100'000 Franken. Ich will nicht all die Bankdirektoren zitieren, aber Herr Studer ehemals UBS würde ich sagen das Pina. Ganz wichtig, dass man Folgendes unterscheidet. Wir haben drei Pflichten im Gegenvorschlag. Berichterstattungspflicht sehr weitgehend und sehr detailliert. Viel detaillierter als in anderen Ländern, die umliegend sind. Dann haben wir Sorgfaltspflichten separat obendrauf auf die Berichterstattungspflicht für Kinderarbeit. Ganz detaillierte und dann für Rohstofffirmen, die auch immer in der Kritik sind. Wir haben diese drei Gegenvorschlag erwähnt. Einfach bei der Berichterstattungspflicht eine strafrechtliche Sanktion. Aber bei allen drei, bei der Berichterstattung, bei der Kinderarbeit und bei den Rohstofffirmen haben wir zusätzlich noch zivilrechtliche Haftung. Denn all die Sorgfaltspflichten, die im Gegenvorschlag sind, können mit dem Instrument, das wir heute im Haftpflichtrecht schon haben. Von dem müssten wir reden. Ja, aber von dem haben die Geschädigten nichts. Was sind Zivilhaftiger, die Geschädigten gelten machen. Das ist genau das. Vielleicht muss man auch in dieser Diskussion rund dem Gegenvorschlag tritt nur in Kraft, wenn wir ein klarses Nein haben am 29. November. Es braucht ein Nein, dass der Gegenvorschlag kommt. Vielleicht zu dem, was Frau Roth gesagt hat. 100'000 Franken, für eine kleine und mittlere Unternehmung kann das sehr viel Geld sein. Und das hat eine abschreckende Wirkung. Ja, aber Frau Rühl, kleine und mittlere Unternehmen sind ja von der Kurve praktisch nicht betroffen. Das stimmt einfach nicht. Das kommt schlussendlich auch den Leuten gut. Herr Pestalozzi, was sagt Sie? Ja gut, ich meine, warum tut man eine Sorgfaltsprüfungspflicht für die Kinderarbeit? Das ist sicher wichtig. Und für die Konfliktmineralien in den Vorschlag hinein. Ich meine, sehr viele Probleme gibt es in anderen Bereichen. Zumindest gibt es noch viele andere Rohstoffe, die gefördert werden, Kohlen, Kupfer, Kobalt usw., die grosse Probleme verursachen. Da gibt es die Berichte aus Afrika aus Südamerika. Also Umweltschäden zum Beispiel, meint ihr? Ja genau. Und da haben wir einfach nur eine Berichterstattungspflicht. Und das ist klar herausgekommen, das hat die EU eine Studie gemacht, vor zwei Jahren, eine ländervergleichende Studie, eine reine Berichterstattungspflicht ändert nichts an Menschenrechtsverletzungen. Und haftig heisst ja nichts anderes, als ich stehe aneinander für einen Schaden, den ich selber verursachte oder von mir kontrollierte Unternehmung. Ist das nicht selbstverständlich? Genau das und jetzt immer wieder bei den Konzernverantwortungsinitiativen, die viel zu weit geht, die völlig auferlos ist. Genau das ist eben gemäss der Konzernverantwortungsinitiativen nicht der Fall. Dort haftet sie eben auch für andere, für andere, die sie gar nicht kontrollieren, für Geschäftspartner, für Geschäftspartner. Da haftet sie nicht. Und wenn sie jemanden kontrollieren, eben eine Tochtergesellschaft oder auch einen Zulieferer, sie ist nicht einmal auf Tochtergesellschaften beschränkt, dann erhaftet sie sogar mit einer Beweislastumkehr, die alles völlig unkontrollierbar macht. Das ist dermassen übertrieben. Das ist genau das, was Frau Bundesröting sagte, dass die Schweizer Wirtschaft gegenüber den umliegenden Ländern, gegenüber allen anderen Ländern, auch ausserhalb von Europa, wirklich benachteiligen. Die Amerikaner zum Beispiel haben lang, wenn wir bei der Rechtsverglichkeit sind, die Amerikaner haben sich lang mit diesen Klagen rumschlagen, bis vor einem halben Jahr der US Supreme Court, der oberste Gerichtshof, gesagt hat, fertig. Das benachteiligt unsere Unternehmen, das benachteiligt insbesondere auch die Entwicklungsländer, weil unsere Unternehmen gehen nachher nicht mehr investieren, wenn sie für alles mögliche haften müssen, was nicht einmal sie verursacht haben. Danke, Herr Hofstetter. Also in den Ländern, in denen so Haftungsklagen angestrengt worden sind und möglich sind, da hat niener ein Unternehmen sich zurückgezogen aus dem Land. Es ist immer noch dort investiert worden. Ich meine, warum sind die Länder in diesen Ländern, die Firmen in diesen Ländern tätig? Sie haben Interessen an diesen Rohstoffen, sie haben Interessen, dort etwas zu verkaufen. Da profitieren sie davon. Und ich meine, man kann ja nicht profitieren und dann ist es einem egal, wie es den Leuten geht in der Gegend von diesen Werken. Das sind wir uns völlig eine, aber man sollte nicht für das Halten von anderen müssen. Aber Herr Pestalozzi, es gibt ein gegenseitiges Interesse. Auch die Länder und vor allem ihre Bevölkerung haben das Interesse, dass Unternehmungen in ihren Ländern investieren und Arbeitsplätze arbeiten. Genau. Und dort, ich meine, Sie wollen Menschen in Entwicklungsländern helfen. Der Faktor, der dem Besten hilft, um Menschen aus der Armut zu bringen, ist Arbeit. Und von dem her haben die Entwicklungsländer, genau gleich wie entwickelte Länder, Interessen, Investitionen anzuziehen, zu behalten und Arbeitsplätze in ihrem Job verlieren. Das wäre ja tatsächlich kontraproduktiv. Also die Leute, die es am Nötigsten haben, dass sie einen Job haben, dann verlieren, Frau Ruhl. Aber jetzt die immer so, wie wenn wir das Rad neu erfinden würden. Die Frage, wie man mit Länderrisiken umgeht, also wenn ein Unternehmen ins Ausland geht, das ist ja bei weitem nichts Neues. Also man schaut an, was sind die politischen Umstände, wie steht es bei Korruption, wie sieht das aus. Also man schaut ja ein Land an, bevor man geht. Und ich möchte jetzt einfach hier schon noch sagen, das Ammenmärchen der Beweislast umkehrt, wird ja nicht wahrer, wenn man es immer wieder sagt. Ein Kläger muss, die Hürden sind hoch in der Schweiz, muss beweisen, dass es einen Schaden gibt. Er muss beweisen, dass das Unternehmen einen Fehler gemacht hat und dass es einen kausalen Zusammenhang gibt zwischen diesem Fehler und dem Schaden, der ihm entstanden ist. Dann muss er beweisen, dass das Unternehmen eben eine Tochter ist oder ein kontrolliertes Unternehmen von diesem Konzern. Also Sie sagen, die Hürde ist hoch. Was wolle ich eigentlich sagen? Wenn jetzt einem Kläger das gelingen würde, das alles zu beweisen, dann kann das Unternehmen nachher sagen, ja, aber, selbst wenn das so wäre, wir haben das sorgfältig angesprochen, wir haben unsere Geschäftspartner überwacht, wir haben sie auch instruiert über die Erwartungen und wir haben die Prozesse eben von der Auswahl, von der Kontrolle, von der Instruktion in unsere Prozesse integriert. Und dann ist es auch das. Also es ist keine Beweislast, umkehr, sonst ist eigentlich die Anwendung eines Prinzip, das wir schon lange in der Schweiz haben, bei der Geschäftsherren haben. Das heisst, die Hürde ist so hoch, dass es wahrscheinlich am Schluss gar nicht so viele von Klagen oder Gerichtsverhandlungen gibt. Ihr redet ja häufig von einer Klagewelle, Herr Hofstedt, Sie sagen, doch einiges auf die Schweiz zu tun, wenn ihr das gehört, es wäre ja gar nicht so schlimm. Es ist eben schlimm und es ist ganz anders, als Frau Joroth jetzt beschrieb. Lassen Sie mich ein Beispiel machen. Schweizer Unternehmen sind vor zehn Jahren in den eingeklagt worden. In den USA haben die Klagemodelle angefangen und die sind jetzt aber abgeschnitten worden vom obersten amerikanischen Gerichtshof. Wir in der Schweiz würden sie jetzt ein führen, wenn diese Initiativen angenommen würden. Die Schweizer Unternehmen sind in den USA eingeklagt worden, weil sie in Südafrika waren während Apartheid. Es wurde nicht gar nichts vorgeworfen, sie einfach in Südafrika. Und in Südafrika sind Menschenrechte verletzt worden. Dann hat man aufgrund dieser zwei Sachen, die Unternehmen waren Menschenrechte verletzt worden, durch die Regierung hat man die Unternehmen eingeklagt. in den USA. Ich kann Ihnen sagen, das hat uns gewaltigen Aufwand gekostet. Schindler allein musste eine siebenstellige Zahl aufwenden, dass man die Klage schlossähmlich weggebracht hat. Die Klagen sind versandet, aber ein Haufen Unternehmen mussten aufwenden, um sich gegen diese zu verteidigen. Aber es hat überhaupt nichts bewiesen werden, und so wäre es in Zukunft auch, um die Klage lang vor sich her zu schieben, um die Unternehmen zu erpressen, um irgendwelche Vergleiche zu bekommen. Der Vorwurf war, dass die Unternehmen, weil sie dort waren, die Wirtschaft gefördert haben, in diesem Land, in Südafrika. Und weil sie die Wirtschaft gefördert haben, hat das der Regierung erlaubt, an der Macht zu bleiben und der Regierung ermöglicht, Menschenrechte zu verletzen. Das ist das Klagemodell. Das werden wir x-fach sehen, wenn die Initiativen anschauen. Ich nehme das gerne auf. Ich möchte gerne hören, was der Unternehmer best Alotzi dazu sagt. Man kann die USA nicht mit der Schweiz vergleichen. Das US hat das Recht. Jetzt noch nie, aber in Zukunft schon. Sicher nicht. Da haben wir ja das Parlament, wir können selber entscheiden, was wir für das Rechtssystem haben. Das ist ein faules Argument. Ich möchte noch etwas zum Thema unklare Initiativen. Wir müssen sagen, die Initiative ist eine Verfassungsinitiative. Vertrauen in die Bundesrätin Keller-Sutter, dass sie, wenn die Initiative angenommen ist, nachher im Parlament wird einen Gesetzesentwurf vorschlagen, der vernünftig und umsetzbar ist. Vielleicht ähnlich wie der Gegenvorschlag vom Nationalrat, der leider versenkt worden ist. Man kann immer auf das Prinzip Hoffnung setzen, Herr Pestalozzi. Fakt ist, es wird ganz grobe Auseinandersetzungen geben im Parlament, wenn es darum gängte, und das wird nicht der Fall sein, wenn es darum gängte, eine Umsetzungsgesetzgebung zu erlassen. Der Initiativtext, auch wenn das ein Verfassungstext ist, ist dermassen etwas unklar und es ist nicht Vergebnis, dass das Parlament geschlagene drei Jahre gebraucht hat, um sich einigen auf einen Gegenvorschlag. Das ist vielleicht der erste Punkt. Der zweite Punkt, wir wollen den Wirtschaftsstandort Schweiz nicht attraktiv machen für Klagen aus dem Ausland. Es gibt in den USA spezialisierte Anwaltskanzleien, die genau auf diese Fälle losgehen. Denen Anwaltskanzleien ist die Befindlichkeit der Menschen in Entwicklungsländern wirklich egal. Die sind einfach aufs Geld aus und wir sollten uns nicht missbrauchen. Mein letzter Punkt ist, es gibt andere Ansätze, wieso Sie um jeden Preis Menschen vor Gericht ziehen oder Unternehmungen vor Gericht ziehen. Es gibt etablierte Mechanismen, wo man um einen Tisch sitzt und wenn es Probleme gibt, gemeinsam Lösungen findet. Das ist ein internationaler Mechanismus und das ist eigentlich auch ein gut schweizerischer Mechanismus. Also selbstverständlich finde ich das gut. Man soll vorher eine Lösung suchen, bevor man vor Gericht geht. Ich glaube gar nicht, dass so viel mal vor Gericht gegangen wird. Und noch mal wie gesagt, den Vergleich mit USA finde ich nicht statthaft. Wir haben keine Möglichkeit von Sammelklagen und das ist die Grundlage von den US-Kanzleien, die Millionenbeträgen kassieren. Es hat auch noch verschiedene andere Erschwernisse im Schweizerrecht für so einen Prozess. Es wird keine Klageflug geben, auch wenn man das noch so befürchtet. Und ich habe das Gefühl, die Furcht kommt vor allem von Juristen. Und ich verstehe es auch. Juristen haben eine defensive Grundeinstellung. Überall sehen sie Probleme und Risiken, die sie mit ihren juristischen Mitteln versuchen zu lösen. Aber ich bin Unternehmer und ich möchte, dass man eine Lösung findet zu den Leuten in den Ländern, die betroffen sind von einem Schaden, von der Tochtergesellschaft, von einem Schweizerkonzern, dass man denen hilft, zu ihrem Recht zu kommen. Das ist oft nur sehr schwer möglich in so einem Land. Lassen wir diesen Punkt mal so stehen. Ich möchte noch etwas diskutieren, das wahrscheinlich viele im Saal und zu Hause immer interessiert. Wen betrifft die Initiative? Trifft die Grosskonzerne oder die Schweizer KM aus, die international tätig sind und Zulieferer im Ausland haben? Monika Roth, Sie suggerieren, die guten schweizerischen Unternehmen nicht. Es trifft vor allem die paar Multis, die man immer wieder von diesen Sünden hört. Wieso wisst ihr das? Woher hat ihr das? Ich suggeriere gar nichts. Um das Wort richtig zu stellen, ich sage einfach etwas. Es sind KMU-Betroffenen, die im Risikobereich tätig sind. Das setzt mit risikoexponierte Länder. Es ist die Tätigkeit, die ein Thema ist. Wie viele sind das? Es ist jedenfalls nicht so viel wie die 80'000, die in dieser unsaglichen Studie war, in der jede Käserei und jede Druckerei mitgezählt worden ist. Das sind Unternehmen, zum Beispiel im Rohstoffbereich, also risikoexponierte Branchen, das grenzt per se ein. Dann sind Unternehmen ausgeschlossen, die unter 250 Mitarbeitende haben. Das ergibt sich aus den Erläuterungen zur Covid. Im Text steht das nicht. Nein, im Text steht das nicht, aber in den Erläuterungen ist es klar eine begrenzte Tätigkeit, also nicht Sektoren, sondern Tätigkeit und auch eine begrenzte Mitarbeiterzahl. Dann ist zentral, dass die meisten KMU ja gar keine Töchter haben im Ausland. Das ist ja dann damit die Zahl auch verringert und auch keine Unternehmen kontrollieren im Ausland. Bei euch auf der Homepage der Ekonomie Suisse steht KMU sind direkt betroffen. Also offenbar sind es nicht so viele und nur sehr spezielle betroffen sind. Monika Rü? Ja, das nützt herzlich wenig in den Erläuterungen Initianten zum Initiativtext steht. Das, was dann gilt, ist das, was im Initiativtext steht, wo dann der neue Verfassungsartikel würde. Und dort redet man von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Nicht von Grossunternehmen mit Sitz in der Schweiz oder von Konzernen. Und es gibt, ich meine, wir sind eine KMU Wirtschaft. Wir haben sehr viele sehr starke KMUs, die exportorientiert sind. Wir haben sehr viele sehr starke KMUs, die Zulieferer haben aus dem Ausland. Und von dem her, die sind eins zu eins betroffen. Die Grösse ist nicht irgendwie ein Kriterium, das unterscheidet zwischen Betroffenheit und der Nichtbetroffenheit. Und KMUs sind genau gleich exponiert und haftet genau gleich wie eine grosse Unternehmung. Darf ich den Initiativtext kurz vorlesen? Vielleicht nicht der ganz. Nein, nur gerade der Ansprache. Ich habe ihn auch dabei. Ja, ist gut. Bei der Regelung der Sorgfaltsprüfungspflicht nimmt der Gesetzgeber Rücksicht auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen, die geringe derartige Risiken aufweisen. Derartige Risiken in Bezug auf Menschenrechte und Umwelt. Genau dort würde ich einhaken. Das heisst, kleine und mittlere Unternehmungen, das wird der Gesetzgeber wieder definieren, was das genau heisst, ähnlich wie der Gegenvorschlag vom Nationalrat, die, die nicht in so risikotätigen Tätigkeiten drin sind, müssen keine Sorgfaltsprüfung machen. Gibt es nicht den bürokratischen Aufwand, der eure Seite gerne sagt, es gibt nicht für die gut schweizerischen kleineren Kameras gibt es etwas beifügen. Erstens ist der Initiativtext sehr offen und es ist ganz klar, dass KMUs nicht generell draussen sind. Es ist ein Parlament, das darüber wird beraten. In der Gegenvorschlagsdiskussion gab es das auch schon. Da hat man ausgenommen, die, die über 20 Millionen Umsatz haben, über 500 Mitarbeiter usw. Alle, die drunter waren, waren draussen und alle, die drüben waren, waren drinnen. Ähnlich würde die Diskussion da laufen. Wenn man das überhaupt hatte, denn die Initiativen bindet natürlich auch den Gesetzgeber. Und die Initiativen sagt, die KMU, die Risiken haben bezüglich der Verletzung des Menschenrechts durch ihre Zulieferer, durch ihre Zulieferer, die sind drin. Das heisst, wenn ein Unternehmen in der Schweiz zum Beispiel Kaffee verkauft und Kaffee aus einem afrikanischen Land oder irgendwo bezieht und dort der Kinderarbeit passiert, dann kann der Gesetzgeber das nicht ausnehmen. alle, die Zulieferer haben, aus diesen Ländern, sind dann drin, wenn der Gesetzgeber seine Arbeit ernst nimmt. KMU werden von dieser Initiative voll erfasst. Bitteschön. Man kann nicht mehr sagen, als schon gesagt worden ist. Der Initiativtext sagt ja, man nimmt Rücksicht darauf und da gibt es auch ein Vertrauen ins Parlament, dass das umgesetzt wird. Von dem her ist es ja nicht ein apodiktisches Votum in der Initiative, wo man sagt, so wird das gemacht, sondern hier hat das Parlament Spielraum und den hat sie eben ausgenutzt beim Gegenvorschlag, den es einmal gegeben hat, der leider gescheitert ist. Grosse Rechtsunsicherheit, die damit geschaffen wird und wir wollen Rechtssicherheit, darum Gegenvorschlag, dann wissen wir, was wir bekommen. Ja, der ist auf Gesetzestufe und auch nach der Initiative braucht es Gesetz, das Rechtssicherheit herstellt. Ich möchte nur sagen, ich finde, die KMU selbstverständlich ihre Verantwortung wahrnehmen. Und eine KMU, die im Kaffeehandel tätig ist, die Gefahr von Kinderarben besteht, finde ich klar, dass die Sorgfaltsprüfung machen müssen und müssen schauen, woher kommt die Kaffee, den sie einkaufen. Darum im Gegenvorstag ist das genau so. Bei den Kinderarben sind wir uns völlig einig. Aber wenn man wie in Südafrika nur in einem Zulieferer hat, in einem Land, in dem zufälligerweise die Regierung Menschenrechte verletzt, dass man sich mit sehr klagen rumschlagen. Das ist das Klage-Modell. Von dem wird viel zu wenig gesprochen. Nein. etwas direkt verbrochen hat. Sondern vor allem, weil sie Länder sind, die Regierungen um sie um Menschenrechte verletzen. Das ist das Klage-Modell der amerikanischen Anwaltfirmen, die die Schweiz als Forum missbrauchen. Ich glaube, die wichtigsten Argumente sind auf dem Tisch. Ich möchte ein paar Fragen kommen. Es sind auch verschiedenste Fragen. Ich möchte gerne aufnehmen und kurz mit euch diskutieren. Es gibt eine Frage die geht an eure Seite. Wie kann man gegen die KVI sein, wenn man es ernst meint mit der Verantwortung? Genau. Wir sind eben für einen Gegenvorschlag. Der Gegenvorschlag ist die Konzernverantwortung. Wir haben sie bereits ausdividiert. Sie hat sehr viel Konzernverantwortung und sehr viel konkretere und diejenigen, die in den wichtigsten Bereichen ansetzen. Noch kurz vor euch. Wir haben am Anfang gesagt, wir wollen keinen Gegenvorschlag. Wir haben drei Jahre intensivst mit unseren Mitgliedern diskutiert. Wir haben gesagt, wir machen einen Schritt. Gegenvorschlag den Parlament verabschiedet. Wir unterstützen mit. Wir machen einen Schritt und verstärken die Verantwortung, die die Unternehmungen ohnehin tragen, verstärken. V.a. in den kritischen Bereichen der Kinderarbeit und der Konfliktmineralien. Dürfen Sie kurz replizieren, Frau Roth. noch mal. Es ist wieder die gleiche Geschichte, die die Schweiz prägt. Europa geht jetzt schon weiter. Niederlande geht weiter. Und zementieren mit dieser Berichterstattung etwas, was in anderen Ländern schon wieder zur Debatte steht. Es ist ein bisschen wie beim Bankgeheimnis. Wir wollen uns quasi positionieren, aber in fünf Jahren werden wir vielleicht nicht mehr mehr, aber andere hier sitzen und sagen, es geht halt nicht so, man muss doch einen Schritt weiter. Ich nehme gerne noch eine Frage auf, mehr an unserer Seite. Welche Auswirkung, das ist etwa Nicht-Unternehmerin oder Unternehmer, hätte die Annahme der KVI für mich als Schweizer Bürger? Man könnte stolz in einem fortschrittlichen Land sein. Wir sind ein fortschrittliches Land und wir sind in einer der grössten Wirtschaftskrisen, in der wir je gelebt haben. Frau Bundesrätin hat das vorher gesagt. Wir müssen alles geben, dass wir unsere Stärken behalten können. Wir können nicht Hochrisiko- Experimente eingehen, wie die Annahme dieser Initiative. Danke. Eine Frage an euch, Herr Pestalozzi. Wie kann ihr Unternehmen für jegliche Vorprodukte garantieren, dass dort weltweit alles korrekt ist? Das ist die Sorgfaltsprüfung angesprochen. Und wenn die Person das so fragt, hat sie das vielleicht noch nicht ganz verstanden, was das bedeutet. Sorgfaltsprüfung ist Risikoanalyse. Also man muss schauen, wie wir arbeiten und hat das Risiko für Menschenrechte oder die Umwelt. Und wenn man sieht, muss man entsprechende Massnahmen einleiten und schauen, wie die berichten. Man muss nicht lückenlos alles kontrollieren. Wir können unsere Lieferanten sowieso nicht kontrollieren, weil wir meistens ganz ein kleiner Kunde. Wir können die nicht führen, aber wir können Fragen stellen und das machen wir auch. Ist das eine riesige Bürogeschichte? Wie sieht das konkret aus? Im Juli war ich bei unserem Lieferant für Kupferblech in Bulgarien. Wir haben mit diesen Leuten auch über die Themen Menschenrechte und Umwelt gerichtet und es ist keine Hexerei. Ich meine, die meisten Lieferanten werden sowieso überwacht. Ich muss wissen, wie die Qualität und können sie liefern und wie sie konkurrenzfähig sind. Wenn man zusätzlich die beiden Fragen Menschenrechte und Umwelt diskutiert, dann geht das also. Wir sind auch nicht die Ersten, die gefragt haben. Herr Pestalozzi, die Logik der Initiative. Wenn Sie vor Gericht nicht beweisen können, dass Sie die Sorgfaltspflichten zu 100% eingehalten haben, dann haften Sie. Sie haben gerade gesagt, es ist unmöglich, über die ganze Lieferkette die Sorgfaltspflichten zu kontrollieren. Sie haben es gerade gesagt. Genau. Man muss, wenn man in einem Gerichtsfall ist, Sorgfaltsprüfung vorweisen in Bezug auf den Fall, der im Gericht zur Diskussion steht. Das ist die Meinung der Initiative. Nur ganz kurz ein Ziel. Die Unternehmen sind zu einer angemessenen Sorgfaltsprüfung verpflichtet. Eben, dann ist das wieder nicht klar, was das konkret heisst. Oder das wollen die Unternehmigen wissen, was ist angemessen. Das wollen nicht erst entdecken, wenn es vor Gericht steht und müssen beweisen, dass sie die angemessene Sorgfaltsprüfung es wird jahrelange Prozesse geben, die niemandem helfen bezüglich Menschenrechte und Umwelt. Ich würde vielleicht zwei Punkte dazu kurz beantworten. Es schafft den Menschenrechten eine erhöhte Geltung, weil auch zivilrechtlich eine Klagbarkeit besteht. Und zweitens ist es für Betroffene, also einzelne Personen, die einen Schaden erlitten hat, öffnet ein Weg, den Schaden einzuklagen. Die Fantasie, dass hier vor allem Anwälte glücklich werden und dann noch das Beispiel Amerika, das glaube ich, das ist eine reine Fantasie, weil die Frage des Menschenrechts und der Sanktionierbarkeit jetzt im unternehmerischen Kontext, das ist eine, die der Beantwortung hat. Und ich bin selber völlig überzeugt, dass in den nächsten Jahren auch international werden. Vielleicht noch schnell eure Seite, also wie hilft den Leuten, hilft der Gegenvorschlag den Leuten, dort kann sie auch Klagen geben. Also die Konzernverantwortungsinitiative, wenn sie wirklich durchgehen, die würde den Schweizer Bürger schaden, und zwar vor allem auch volkswirtschaftlich. Die schweizerische Volkswirtschaft würde da als Schaden erleiden, da bin ich ganz überzeugt. Die Entwicklungsländer im Übrigen auch, weil eben gerade die verschiedenen Entwicklungsländer, vor allem mit den Hochrisikoländern, politischen Hochrisikoländern, werden die Unternehmen zurückhaltender mit Investitionen, würden insbesondere auch mit den kleinen Zulieferanten nicht mehr zusammenarbeiten. Ein Unternehmen wie Nestle hat 10'000 EFO zulieferen, die würden das straffen, die kleinen leiden, als viele Leute leiden bei den Konzernverantwortungsinitiativen. Schütteln beide den Kopf, weil ihr kurz replizieren, Herr Hofstetter. Herr Pestalozzi, verwechselt schon. Ziemlich eine leere Drohung. Ich meine, die brauchen ja die Zulieferanten. Und ich kenne, es gibt ja Schweizer Konzernen, die ihre Compliance wirklich im Griff haben und die Themen Menschenrechten und Umwelt sehr gut behandeln. Also zum Beispiel Geberit oder Georg Fischer, das sind jetzt zwei Firmen, wo wir als Pestalozzi eng mit ihnen zusammenschaffen. Und die verlangen von ihren Lieferanten eine Lieferantenverpflichtung. Z. Punkt, eigentlich sehr einfach, grundlegende Sachen, die man in der Initiative verlangt, müssen die bestätigen, dass sie es machen. Natürlich muss man dann schauen, erleben die das auch und das macht man natürlich auch stichprobemässig. Ich finde das eigentlich ein normaler Ausdruck vom Übernehmen der Verantwortung, auch gegenüber den Lieferanten und das geht. Sie sagen ja, Ari, wir können das machen. Die meisten Konzerne stellen sich an Hintertalen die Darungen der Initiative und sagen, sie übernehmen ihre Verantwortung. Ich sehe das Problem nicht. gut. Es gibt eine Seite, wo das Problem gross sieht. Unsere Zeit ist leider schon fast um. Am 29. November kann das Volk darüber abstimmen, wollen wir die Initiative annehmen, wollen wir den Gegenvorschlag annehmen. Zum Glück hat das Volk das Wort. Und ich hätte gerne von euch am Schluss noch so die wichtigste Botschaft in 20 Sekunden, wenn es geht. Was ist, wenn die Initiative angenommen wird? Also was, Frau Rühl, entwickelt sich in Einen Augen zum Schlechten. Wenn die Initiative angenommen wird, und das wird nicht passieren, dann wird es jahrelange Diskussionen geben im Parlament, weil man sich nicht einigen kann, wie man die Initiative umsetzen will. Es wird Unsicherheit geben und die Unsicherheit schadet dem Wirtschaftsstandort der Schweiz, gerade jetzt in der Corona-Krise. Danke vielmals, Monika Roth. Was will sich zum Guten in Einen Augen ändern, wenn die Initiative angenommen wird? Es wird sich verändern, weil es dann im Parlament bei diesen Ausgangslagen vertiefte Debatten geben wird, was man wirklich will, bei der Umsetzung. Und die wird sich auch daran orientieren, was in den Erläuternungen zur Covid stehen, wo nämlich viele Dinge austariert sind. Wenn wir die Berichterstattung kennen, werden wir in zwei Jahren vor der verlernten Tatsache stehen, dass wir für ein veraltetes System geschaffen haben. Danke vielmals. Herr Hofstetter, was wird sich in Ihren Augen zum Schlechten verändern, wenn die Initiative angenommen wird? Ich bin optimistisch. Ich gehe davon aus, die Initiative wird abgelehnt werden und es wird zum Glück der Gegenforschung automatisch in Kraft treten, und zwar per sofort. Und dann wird die Schweiz das führende Land in Europa sein, im Bereich des Schutz von Kinderarbeit, im Bereich der Kontrolle von Rohstoffunternehmen, im Bereich der Berichterstattungspflicht, beim Menschenrecht, Sozialbelang, Arbeitnehmerbelang, CO2-Ausstoss und so weiter. Die Schweiz wird, wenn die Initiative abgelehnt wird, was ich hoffe, und auch ein bisschen damit rechnen, ein führendes Land sein in all diesen Bereichen. Danke vielmals. Zum Schluss dir, Herr Pestalozzi. Was ändert sich für euch zum Guten, wenn die Initiative angenommen wird? Gut, es geht ja im Prinzip um Verantwortung. Und mit der Initiative ist klar, dass alle ihre Verantwortung für ihre kontrollierten Unternehmen im Ausland wahrnehmen müssen. nicht nur die, die es jetzt schon gut machen, sondern alle. Das Prinzip Verantwortung, dass man gerade steht für einen Mist, den man gebaut hat, das macht an der Grenze nicht halt. Herzlichen Dank. 29. November gehen wir gut abstimmen. Ich danke sehr herzlich Monika Roth, Dietrich Pestalozzi, Monika Rühl und Karl Hofstetter für die spannende Debatte, die uns ein paar Argumente hat gezeigt. Und ich wünsche euch auch alles Gute und vor allem auch gute Gesundheit in dieser Zeit. Danke vielmal. Merci. Vielenmal. Bitte schön. So, und euch danke ich herzlich, die vielleicht hier im Saal Fragen eingeschickt oder irgendwo zu Hause haben, diskutiert und gefragt. Danke herzlich für eure Fragen. Und jetzt sind wir tatsächlich fast am Schluss. Und ich möchte die beiden Gastgeber aufbünen bitte, Andreas Rauch und Adrian Derungs. Bitte schön, meine Herren. So, Andreas Rauch, wie war es so? Spannend, spannend, aber die Argumente der Befürworter haben mich definitiv nicht überzeugt. Das ist aber schon vorher so gewesen, oder nicht? Ist das nicht eine self-fulfilling prophecy? Nein. Nein. Okay. Gut, persönlich aus dem Oben, was nehmt ihr mit? Ich fand es ein sehr spannendes und gutes Format. Obwohl es sehr schade ist, dass wir nicht auf dem Pilatus oben waren. Ich denke, es war ein guter Versuch und ein gutes Format. Wir müssen uns gut überlegen, ob wir in einer ähnlichen Form sowieso etwas wieder machen. Danke vielmehr. Adrian Derungs, das Thema Verantwortung, der hat mir gesagt, die IHZ wird das weiter bearbeiten. In welcher Form? Ja, das ist für uns ein Jahresthema, das wir uns gegeben haben. Ich frage euch nicht, was ihr da abstimmt. Nein, ja, das könnten sie schon. Nein, es ist etwas, was wir uns eh auf die Fahne schreiben. Es ist auch nicht einfach nur leeren Buchstaben, wie Andreas auch erzählt hat. Ich nehme natürlich die Zentralschweizer Wirtschaft in dieser Funktion wirklich direkt wahrnehmen, wie sie Arbeitsplätze schaffen, wie sie den Motor umlaufen behalten. Wenn wir Arbeitsplätze haben, haben die Leute einen Lohn, und wenn sie einen Lohn haben, können sie ihr Leben bestreiten und zahlen wieder Steuern, dass man den Sozialstaat finanzieren kann. Darum werden wir das auch weiter treiben. Es ist auch noch spannend, was wir machen. Wir sind ja ganz unter uns. Genau, genau. Wir haben erst gesagt, den anderen Akteuren zusammen, auch mit der Hochschule, auch mit anderen NGOs, ein Nachhaltigkeitsnetzwerk Zentralschweizer auf die Beide stellen, wo man genau eine Plattform hat, wo man solche Themen diskutieren kann. Das ist mir zehnmal lieber als irgendwelche internationale Klagerechte für alle. Schöne Geschichte. Ihr wollte noch Danke sagen. Oh, Danke? Ja, Ihnen natürlich das erste Mal. Ja, wunderbar. Das Danke gibt es immer. Sicher mal den Sponsoren, die das möglich gemacht haben. Am ganzen Team auch Tele1 und Radio Pilatus, das war eine sehr gute Zusammenarbeit. Natürlich der Panelgäste und auch der Bundesrätin und allen Zuschauern, die auch mitgemacht haben. Ja, und ist eigentlich nächstes Jahr. Wie sieht es eigentlich nächstes Jahr aus? Im Hintergrund bei uns? Ja, wenn ich das wüsste, im Hintergrund. Ja, wir haben ein Bild, wir haben ein Bild, das wir nächstes Jahr da hinten Ja, auf das hoffen wir eigentlich. So sollte es nächstes Jahr aussehen. Genau, möchten wieder auf den Bergen. Aber eben, ich muss auch sagen, so ein Format durchaus etwas, was ich mir vorstelle, dass man auch dort oben machen, oder nicht? Könnt man durchaus. Ja, und dann schauen wir zusammen den Sternenhimmel an. Was wäre es? Nächstes Jahr. Also, ich danke euch auch, jetzt haben wir dir genug gedankt, Nein, danke noch ein bisschen, ich danke euch beiden noch sehr herzlich, ihr könnt noch schnell bleiben sitzen, danke auch euch im Saal, sehr herzlich und ich danke vor allem auch denen sehr herzlich, die so ein bisschen in der Ferne, sie gesehen, irgendwo im Diffuse, per Livestream, haben da zugeschaut und auch mitdiskutiert, das freut uns sehr und auch euch wünschen einfach alles Gute und eine gute Gesundheit und auf Wiedersehen miteinander. Danke vielmals, merci. Das Zentralschweizer Wirtschaftsforum der IHZ ist Ihnen präsentiert worden von KPMG, Luzerner Kantonalbank, Löwenfels Partner AG, Hochschul Luzern Wirtschaft, forces 하나 schafft. Die Viren klamier hat ihr zwei Stunden mit klamm, es kann coach sein, das ist keine Coase scheiße. Das Problem wird kindergarten an, wierend es schwer ist, Weil es überall etwas Avants hat, aber machen wir jetzt schon mal ein pro Tag ein spiral, das macht etwas ja Canrik, y specify förenovation, das avecเรา Thank you the best comfortable lion,